Hallo, 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 weiter geht's mit Battlelegion, die Kampflegion, ich grüße euch ganz herzlich zur weiteren Partie auf meinem wunderbaren Kanal, ich bin der Lars und ich kann auf jeden Fall damit haben, warum ich so ein ziemlich schreiter Typ bin, weil ich ja, äh, ja, ziemlich krass bin. So, ich grüße euch ganz herzlich, weiter geht es, ein neuer Part, ein, äh, neues Video, äh, ein neuer Tag, wie auch immer. So, ich hoffe, ihr seid alle gut am Start, seid gesund, habt euch schon reichlich was reingeknallt im Jahr, dann und zwar Crackner natürlich, äh, haut man sich Crack in die, ich weiß es nicht, äh, ich hoffe, ihr wurdet schon geimpft, wenn nicht, macht's noch, hilft auf jeden Fall, denn ich betze mich für Impfung, nein, das ist so ein Quatsch, Alter, also Impfen ist schon geil, äh, toll und so weiter, aber ich mach da jetzt nicht, egal, ähm, ich werde übrigens nächste Woche geimpft, sehr schön. So, äh, Battle Legion, äh, auf dem Blue-Sex-Player, wir spielen ja ein Mobile-Game, natürlich auf dem Blue-Sex-Player, wo denn sonst war, richtig geile Grafik und so weiter und sofort auch an dem PC, schmackhaft, richtig lecker und geil, Link in der Beschreibung, falls ihr auch Bock habt, gerne abchecken und ihr wisst ja, das Spiel, Sufffaktor des Todes bei mir am Start, ich zocke halt weiter, warum, weil ich es kann, ganz einfach, deswegen, so ein hammermäßiges Game, ich zocke das durchgängig, so, äh, 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 weiter, Gold hier am Start, wir gönnen uns noch ein bisschen hier, oh, eine Frostfalle, mh, oh, Oh, der Wüstling, wir hätten auch einen Wüstling bekommen, könnten wir ihn upgraden, natürlich haben wir nicht genug Gold dafür, aber Wüstling ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lecker, also der gefällt mir doch sehr, sehr gut, die Frage ist natürlich, wenn wir ihn jetzt upgraden, Mr. Frankenstein, übrigens, ich hab gar nicht gesehen, dass er den Rappen links auf der Schulter hat, bist du jetzt rechts bei ihm, mega geil, mega geil, Lauf erstmal, uh, kurz den Gerner rausballern, mega geil, I love it, es ist so, haben wir diese Grafik, wenn wir den upgraden, wäre Level Nr. 7, okay, ab 8, würde er das bekommen, aber ich hab nicht genug Gold, 3, 5, ich bitte euch, also ob ich reich bin, ja, äh, nächste Kiste gönnen, ich würde sagen, let's fucking go, give me, ja, immer her mit dem alten Rotzig Gold, brauche ich auch, es steigt tatsächlich, äh, oh, wieder eine Frostfab, jetzt wieder der wunderbare Freund, na, die Befestigung, die alte Mauer, der war auch schon eine scheiße Mauer, ja, kann so schon auch ganz geil sein, aber, naja, wir haben 2.000 aner Gold, ich hab schon ein bisschen geupgradet, also die Kollegen sind hochgegangen, die Bogenschütze kann ich nicht upgraden, die Kollegen sind auch hochgegangen, ich könnte die wunderbaren Sneaker hochknallen hier, also die Meuchlerrennen, kostet nur 1,1, also an sich würde das funktionieren, bam, Junge, gegönnt, kann ich noch ein Level, ne, Level 5, zweimal, ist in Ordnung, ist okay, dann würde ich mal sagen, let's, die kann ich auch upgraden, dafür brauche ich ja, wie viel Gold, 1,7, vielleicht bekommen wir heute noch 1,7, wer weiß, denn wir haben noch etwas Wunderbares hier, nämlich, Kopfgeldjagd, und der Schambelzler, der kommt bald, Schambelzler, so ein hammermäßiges Wort, let's go, Angriff, beste Verteidigung, das ist zwar mein bestes Deck, was ich habe, das ist also nicht Deck, sondern meine beste Einheitenkombination, nennen wir es mal so, deswegen werden wir da ein bisschen weiter mit zocken, ich bin aktuell auf 1,6, und 8,7, die Pokale, natürlich geht es jetzt nicht mehr so schmackhaft und schnell voran, wie sonst immer, da ging es nämlich richtig lecker, lecker, lecker und kaputt und bum, bum, schlitz, schlitz, easy, 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 jetzt ist es schon ein bisschen härter, guck mal hier, der Wüstling, recht, seht ihr es? Ja, Mr. Frank, Frankie, Frankie de Jong, nein, Mr. Frankenschein, ah, geil, übrigens noch gerade Van Helsing etwas gelunzt, geiler Film, da gibt es ja auch, ne, Van Helsing kann ich auch upgraden, was kostet das, 550 nur, an sich mega günstig, deswegen gegönnt, ja, ein paar mehr Pilze hier am Start, let's fucking go, und der nächste Angriff, yeah, ohne Bombe, oh oh, nicht für Frankie, Frankie, Frankie wurde weggeschlitzt, Frankie wurde ASK weggeschlitzt, der Frankie, sollte ich die Pilze vielleicht doch woanders positionieren, natürlich, wir gewinnen easy grinding von den King, weil, Rasur gegen den Strich mit Benzin, ah man, na, ich weiß Bescheid, oh, was ist das denn, Alter, der hat schon irgendwie ein neues Schlachtfeld, oder so ein epic Schlachtfeld am Start, holy moly, Macaroni, oh Gott, der Wüstling ist durchgelaufen, wo ist denn meine, 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 meine Bubble Dame hier, mit, mit komische Kreisgedörns hier, mit Blase, tot, die Arcane Dame, die weggeschlitzt, er hat den Skin, er hat alles, alles das, was ich haben will, Alter, er ist ein Fischmensch, er ist einfach ein Fischmensch, wie ist das Fischi, mach Katapult kaputt, Katapult, na schade, kein Katapult, egal, Leute, wie machen, ja, guck mal hier, die Blase, die Platz, ich sehe es, die Platz, na klar, let's fucking go, Zerstörung, Zerstörung, meine Blase, meine Bubble ist viel stärker als deine, die Nässe sind mir doch egal, die wird auch weggegelt, nussgegelt, ja, die geht mit dem, mit dem Heel, oder mit dem, mit den Tanks, oder was, ist es denn los mit dem, jetzt verliehen wir trotzdem, jetzt verliehen wir deswegen, schätze ich, obwohl, mit Glück könnte man auch gewinnen, gewinnen wir, ja, das Katapult ist nicht so krass, easy, habt ihr es gesehen, ich, gut, die KI, oh, Schaden, erhöht Angriffsstärke um 25%, schmackhaft, über Bewegungszimmer um 25%, noch schmackhafter, und, verlangsam, ja, die alte Schnecke, ne, Schnecki, die Schnecke, oh, Chance von 25%, bei einem Angriff doppelten Schaden zu verursachen, mega geil, und, selten, Widerstand, Statuseffekt 2, Auswirkungen aller Stat, Auswirkungen aller Statuseffekte, werden um 95% verringert, ist für Frankie, glaube ich, eine Option, wie gesagt, die Dinge halten ja nur bestimmte Zeit, ne, wir könnten theoretisch switchen, aber egal, später, später, wenn mal ist nur einmal im Jahr, ihr kennt's, let's go, weiter, und gleich zum Scharmützler, nein, zum Kopfgeldjagd natürlich, gibt's die Frankie da unten, der kassiert, Frankie kassiert, na gut, der Mitch hier reingeballert, na klar, hier kommen die Tanks, tank den alten Rotz weg hier, Mr. Bubble Gun hier, Mr. Bubble Dame ist auch am Start, und da tickt das Gift, es tickt da unten, alles kaputt, es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön, es ist so toll, ich vergenuss, Ferkle, alle, ein Golem kann auch mega mächtig noch sein am Ende, deswegen verlieren wir bestimmt wieder, seht ihr, der Golem am Ende kann so krank werden, Scheiße, Bob, 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 oh, der Skin, oh, wieder geswitcht, umgeswitcht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott sei Dank, vorher geplatzt, ah, kaputt geplatzt, so Gift reingelümmelt, da kommen die Untoten angekrochen, Sieh wieder sehr schlecht für uns aus. Warum haben die so krass, haben die so hohe Level und warum haben die Skins und ich nicht und dies und das und ananas. Gefällt mir nicht. Wir kommen gerade ein Demaster auf und sagt, ich bin nur bei 51%. Das war schon mal besser. Oh, guck mal hier. Da ist der Switch. Immerhin. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich verliere. So krank. Die ganze Zeit. Soll ich mal einen Golem mit einbauen? Ich brauche jetzt einen Golem mit ein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt ein Golem. Es kann nicht sein, dass wir immer verlieren, Leute. Und die gleiche Ein-Einkombination ist halt nix. So, die Sonne Säck hier. Tschüss. So ein Golem kostet, glaube ich, zwei. Deswegen machen wir so. Und jetzt haben wir keine Pilze mehr. Also Mr. De Jong bleibt am Start und ich würde sagen, jetzt kommt der Golem. Der ist halt nicht so krass bei mir. Ich kann sogar upgraden. Einfach 1-1. Also es ist gar nicht so viel 1-1. Habe ich aber nicht. So, der Golem hat noch einen Kickback. Das schmeckt mir auf jeden Fall. Wir könnten den wegnehmen. Dafür eine kleine Truppe rein. Obwohl das Level 6 hat. Mega geile Skin. Habe ich einen Golem Skin? Oh, der dämonisch. Alter, hier, der ist auch geil. Der Kessel. Der dämonische Golem Skin. Oh. Was habe ich hier noch? Ach, viele Sachen, die ich mir gönnen kann. Hat der Golem schon irgendwas? Er braucht noch einen Level. Doch, doch nicht. Was ist das hier? Auswirkungen. Das ist natürlich mega krank. Mega krank wäre super. Das ist super krass für den Golem. Reingenuschel, die alte Rotze. Lasst uns dann mal jetzt loslegen. Und der besser ist, der Golem. I don't know. Wir werden das testen. Wie schnell er down ist. Wie schnell er kaputt geht. Wie schnell, um Gottes Willen, war gerade der Golem kaputt. Ist er noch zu low vom Level her vielleicht? Scheinbar. Verkacken. Oder? Wenn jetzt noch die Bubble kommt, gut. Kommt die Bubble. Kommt keine Bubble mehr. Wir haben wieder verkackt. Einmal eingefreezt. Der Golem. Habt ihr es gesehen? Ich dachte, der ist voll gut. Spiel. Ich dachte, der ist gut, der Golem. Ich habe eine Skin. Der Level 3 Golem. Jetzt hält er ein bisschen mehr aus. Mich fehlen wir auch ein bisschen. Holmjungle, weggekickt. Wir haben genug Tank-Truppen. Sehr schön. So läuft er. So schmeckt das. Und wenn die kleineren werden, Golems, umso schneller hauen die auch zu. Verlustig eigentlich. Das war gut. Hieß der gerade? Dreimal die 5 oder 5imal die 5? Ja. Sehr geiler Name auf jeden Fall. Oh. Ich werde wieder so eine richtig krasse, geile, mega, super Kiste bekommen. Wo ich richtig ausrasten kann. Also, ja, war okay. Wir brauchen aber Gold. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen den Golem upgraden. Ich glaube, der ist mächtig. Wieder so mega viele Truppen am Start. Wißt du, da ist der Golem halt mega scheiße, wenn das so viele Truppen sind. Ja, sind die einfach besser. Ja, scheiße. Scheiße schon wieder. Also, ein Rush von Truppen macht mich kaputt. Keine Chance. Ja, flieg, weg, schnell. Hau ab, jawohl. Bubble ist am Start. Du schaffst das, du schaffst das. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, jawohl, wir gewinnen. Schade. Einfach eine geile Truppe. Minus 7, das ist scheiße. Finde mich schlecht. Du wieder so für die Truppen. Ey, schnell der Golem halt weggehen, ne? Ey, Truppenspam ist scheiße. Aber. Ja, der Giftboy lebt noch. Ein paar Bogenschützen wurden. Oh, das ist mein Golem, ne? Na klar, guck mal hier. Die kleinen Golems. Ah, lustig. Hat gereicht. Ich bin trotzdem noch nicht zufrieden. Oh, geiler Skin von ihm hier. Vom Wüstling. Wow. Richtig geiler Skin. Aber irgendwie werden wir gerade down gerusht. Holy shit, Alter. Das ist ja ultimative Fergenuss-Fact. Und da werde ich ja so hart rasiert. Da werde ich ja einfach nur von hinten reingelümmelt. Das ist ja unfassbar. Holy shit. Oh, ist da. Level 6, Level 7 Truppen. Also hohe Truppen hier schon wieder am Start. Hä, vielleicht sollte ich noch irgendwie ne Bombe mit einbauen? Und die in der Skin. Die haben wir einfach mit Fisch. Auch geil. Aber es ist gerade einfach... Es ist halt unfair. Muss man sagen, der wird so hohe Level. Kann doch gar nicht mithalten. Wir müssen denn nur auf 1649 Pokale, wenn er so hohe Truppen hat. Keine Ahnung. Level 5 hier, das ist machbar auf jeden Fall. Aua. Lebe. Lebe, Golem. Jawohl. Du lebst. Die kleinen Truppen hier, die ticken jetzt runter, gifttechnisch. Die sollten jetzt alle sterben. Jawohl. Schön, schön, schön. Also Damage gleich weg. Und die sind alle so slow. Ich wusste gar nicht, dass er hier, der Bogenschütze... Oh Gott, verlieren wir deswegen noch? Wow, super knapp. Ich wusste gar nicht, dass er keine Bogenschütze, der die Neger Ranch hat, dass er durchschießen kann. Das wusste ich nicht. Da kommen Bogenschützen. Da seid ihr. Ihr seid mein Opfer. Ja, natürlich. Damage ist down, aber wir sind auch down. Okay, da hatte ich ja noch einen Wagen, oder? Ich hab's nicht gesehen. Schau mal, war da noch einen Wagen, der einfach mal alles zerstört hat von mir. Mein ganzes Damage ist einfach tot. Ja, okay. Es sah so gut aus. Ich hab nur nach rechts geschaut und dann hab ich gesehen, ich hab verloren. Also wir sind schlecht. Wir sind auf 39%. Ich muss einfach mal wieder meine Armee überarbeiten. Das kann ja nicht so weitergehen. Die Bombe läuft nicht durch. Es sind alle so viele Truppen hier. Wir müssen irgendwie Flächenschaden mehr einbauen. Das kann doch nicht weitergehen. Das kann nicht so weitergehen. Ja, es ist die ganze Zeit nur Flächenschaden, die wir brauchen. Kurz zu Ende, das ist einfach nur der Spam. Ja, den Hamster da oben. Ja, gegen Hamster kann man auch nicht gewinnen. Lustig, wenn wir es doch gewinnen würden. Naja, so. Komm. Was macht Flächenschaden? Denn es kann so nicht weitergehen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einen hiervon raus. So. Jetzt haben wir zwei frei. Ich würde übrigens diese Truppe hier bekommen. Ich weiß noch nicht genau, was die kann. Ich hab sie mal ausprobiert. Sehen wir gleich auch bei dem wunderbaren... Bei der Kopfgeldjagd. Aber trotzdem vielleicht den hier mit reinnehmen. Ja gut, hab ich halt auch nicht hochgelevelt. Ich hab kein Gold. Warte ab, der Axt. Der ist natürlich auch ziemlich krass. Aber ist halt vom Level her. Ist Level zwei. Ich kann eine Bombe mit reinnehmen. Die Bombe hab ich auch ganz hoch. Wir bauen wieder zwei Bomben ein. Mach schon, was passiert. Kann ja nur besser werden. Das ist schon mal okay. Ich hab die Hunde schon mal down gemacht. Who dead the dogs out? Ich auf jeden Fall nicht. Da sind wir noch ein Golem hier am Start. Der gut was abfängt. Ja. Äh, jetzt ist mein Golem gesplittet und hat nicht den Skin mehr. Lol. Ist das ein Bug? Scheinbar. Erstmal kurz ein Bug gefunden. Hab ich den Skin deaktiviert? Nein, hab ich nicht. Hm. Interessant. I don't know why, but is so. Warum geht mein Schild eher kaputt als eins? Mach ein neues. Mach da kein Schild mehr, ne? War scheinbar doch mal damage da am Start als bei mir. Ja, ist jetzt auch nicht gebrat. 30% mega schlecht. So, wir haben zumindest ein bisschen was abgefangen, aber trotzdem. Jetzt halt er sich wieder richtig auf hier. Da schauen wir doch ins Buggy. Ein Buggy Bug. Bogen schüssen Stärung gleich alle. Meine Bubble ist angeknackst. Und die hat's kaputt. Ja, schaffen wir da nicht. Es gibt's noch nicht. Da hau ich auf den Tisch. 12 Stunden Kiste. Ja, Leute. Armee ist kacke. Ist mega kacke. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht, die Armee. Die gefällt mir gerade gar nicht. Hm. Ja, auch upgrade. Fehlt halt einfach das verdammte Gold. Das verdammte Gold fehlt mir. Ich hab halt einfach gar nix. Dann bauen wir mal kurz hier so in die Mitte. Nur mal kurz anschwitzen, wie es damit aussieht. Ja. Bubble läuft doch einmal alles kaputt. Den ganzen Damage. Ja gut, ich kann das ganz gut weit snipen, ne. Das sieht ganz gut aus, aber... Ja, diese Arcade da hinten, ne. Das ist schon ziemlich krass. Also es snippt da wirklich gut weg alles. Oh, nicht schlecht. Not bad, my friend. Moment, aber trotzdem. Jetzt sollte ich die einen Ticken weiter hier so hinstellen, damit sie mir beschützt ist. Noch ein Versuch. Bleiben Sie ruhig. Oh ja, komm, geh weg. Also es ist ganz geil auf jeden Fall. Oh, es ist für eine Anzeige, Leute. Kurz gegönnt. Oh yeah. 500 Gold. Nehme ich gerne mit für eine Anzeige. Mir ist schon auch gefallen, auf dem Bluestack-Player auf jeden Fall bekommt man eher Anzeigen für Werbung. Und auf dem Handy zum Beispiel eher für Geld. Was ist daran, dass ich ein iPhone habe und ihr denkt, ich habe ganz viel Geld. Weil iPhone, wisst ihr bescheiden, ne. Huge money bei uns. Ich würde sagen, wir gönnen uns kurz noch die Anzeige. Moment. So, Anzeige gegönnt. Und, boah, ein paar Kriegshunde. Die kann ich auch so krass nach oben leveln. Holy moly macaroni. Ich kann ja so viel leveln. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Gold. Aber es reicht nicht zum Beispiel, um sie abzugraden, ne. Doch, kann ich. Soll ich es machen? Let's go. I take shit. Level 6. Ich habe sogar einen Skin. Ich habe sogar einen Skin für sie. Oh, die Drohade. Holy moly macaroni. Ich bin gespannt, ob wir hier testen, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall auch rein testen, ob diese Deckkommission etwas besser ist. Mal gucken, ne. Jetzt gucken wir noch kurz bei der Kopfgeldjagd. Denn hier muss ich auch was benutzen. So, brauchen wir. Brauchen wir this one. Die neue Truppe nehme ich, das nehme ich mal, die nehme ich mal raus. Dann nehme ich die hier hinein. Yes, ist okay. So, ein bisschen slow auf dem Boden. Das ist sehr gut. Und wir brauchen noch den Trommler. Der Trommler kostet, glaube ich, sogar zwei. Deswegen nehme ich dann mal, den lasse ich drin, den alten kleinen Vergenussfäckler. Und nehme mal den hier raus, dann nehme ich den Trommler, upsala, verklickt. Nehme ich den Trommler mit rein. Damit sollten wir dann auch etwas besser vorankommen. Natürlich kann ich auch den Trommler upgraden, habe aber wieder kein Gold. Gold, Mangelware in dem Spiel, aber sowas von. Ich habe Golem ohne Skin aktiviert. Oh Gott. So, Golem ist da. Ein bisschen wegblitzen. Vielleicht soll ich den Blitzer auch einfach mal mit meinem normalen Deck mit reinnehmen. Hier ist ja an sich scheißegal, ob man gewinnt oder nicht. Hauptsache, es geht voran mit der Quest. Bzw. mit der Kopfgeldjagd, weil dadurch der Blitz schon ganz geil, ne? Und das ist halt auch gut gegen Flächenschaft. Vielleicht soll ich den mit reinnehmen. Schreibt doch gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Welche Deck bzw. welche Ein-Einkombination soll ich denn benutzen? Ja, hier, guck mal. Seht ihr das? Da geht's weiter. Noch einer hier. Einfach, einfach durchlummeln, die alte Scheiße. Dann läuft das auf jeden Fall. Der Blitz ist schon gut los, ne? Ja, ich werde jetzt hier weiterzocken. Das müssen wir zu Ende machen und mir eine Ein-Einkombination überlegen und die beim nächsten Mal euch präsentieren. Wenn ihr Vorschläge habt oder euch auskennt, wie auch immer, oder? Was denkt, YOLO, bloß noch mal dies, das, andern, das. Schreibt's gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Und, ähm, das war es dann auch schon wieder. Werden mich jetzt hier gleich Schluss machen. Und, ähm, falls ihr auch zocken wollt, benutzt den Link in der Beschreibung. Es ist nämlich, äh, wir spielen euch auf dem Blue... Oh, so, fertig hier. Auf dem BlueStacks Play Emulator für den PC. Ich kann euch nur jeden Empfehlen. Link in der Beschreibung abchecken. Sehr, sehr geil. Äh, Mobile Games auf dem PC zocken, ohnehin, ne? Handy und so weiter. Viel größeres Display und keine Internetprobleme. Und dies und das. Ihr wisst Bescheid, richtig geil. Link in der Beschreibung abchecken, ne? Das war's. Ich bleibe eigentlich recht herzlich. Wenn ihr, äh, Bock habt, äh, lasst ein Like da. Bleibt gesund. Haufen Supernasser, Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüssi. Vielen Dank.